Herzlich willkommen! Ich finde das toll, dass wir uns heute hier zusammen sehen zum Geburtstag. 75 Jahre Stadtsportbund Hannover. Wir, der Partner für den Vereinssport in Hannover, gestern, heute und morgen. Wir wurden gegründet am Lindener Berg im heutigen Jazzclub und das vor 75 Jahren mit nur sechs Vorsitzenden in dieser Zeit, außerdem drei Geschäftsführer. Das zeugt von einer Verlässlichkeit. Mittlerweile haben wir uns zu einem hervorragenden Unterstützer für die Vereine entwickelt. Wir beraten die Vereine, damit sie gut in die Zukunft kommen können. Wir bilden Übungsleiter aus, damit der Sport in dieser Stadt auch richtig gemacht werden kann. Und wir sind Kooperationspartner für die Ganztagsschulen. Das sind Dinge, die uns sehr am Herzen liegen, um den Sport in unserer Stadt voranzubringen. Die schwierige Zeit mit Corona hat uns so sehr motiviert, dass wir die digitalen Angebote für unsere Vereine ganz schnell ausgebaut haben. Und das hat allen sehr geholfen. Wir haben offene Fragen klären können und in Meetings das sehr gut verarbeitet. Die Vereine haben Sport in dieser Corona-Zeit ins Wohnzimmer gebracht. Ihre Mitglieder haben das dankend angenommen und wir finden es toll, dass die Mitglieder sich solidarisch mit ihren Vereinen erklärt haben. Wir sind begeistert über diesen starken Zusammenhalt und freuen uns auf die nächsten 75 Jahre Vereinsspurt. Bis zum nächsten Mal.